Was geht ab Leute, Sane ist wieder da mit einer neuen Folge der Alienation. So, beim letzten Mal habt ihr gesehen, wie wir hier diese Mission Blut auf dem Eis erledigt haben. Jetzt springen wir in die nächste Mission, desto tiefer fallen sie Tunguska, Roswell und jetzt Barrow. Vielleicht sind ja alle guten Dinge wirklich drei. Versuchen sie das Schiffswrack zu erreichen und finden sie heraus, was die Xenos nach Barrow bringen. Und noch wichtiger, warum? Ähm, treten wir halt mal, ähm, Primal Hunter in Tschechien, ja, ja, nehmen wir jetzt einen mit zwei mal mit, damit wir mal mehr sehen, oder, ah, wir nehmen mal einen mit zwei mit. Dann sind wir mal ein Dreierteam, schauen wir mal, wie es läuft. Es gibt keine Pause, das Schalten durch die Menüs, die Mission erfolgt auf eigene Gefahr ab. Beim Öffnen des Menüs wird das Spiel nicht angehalten. Halten sie nach Ereignissen in ihrer Nähe Ausschau, sie werden auf der Autokarte angezeigt. Wenn sie sie abschließen, erhalten sie zusätzliche Belohnungen. Dann legen wir mal los. Whee! So, yeah. Hey, wieso bin ich leben? Hm. Oh. Oh. Fuck. so mit dem richtigen weg laufende die fragte ist ja nicht in seiner mission was Was gibt es denn hier unten noch? Meins! Hui! Wurde jetzt zurückgeportet, Manno! Also so kleine Massenschlachten sind schon ganz witzig, ich stelle mir so Echtliste vor, wenn man es mit dem Hummel spielt. Natürlich sollte ich mehr mit den Leuten zusammenspielen, aber im Elf Senker hat einfach keinen Bock auf. Ich will jetzt einfach durchschmetzeln. Hm? Halte Richtung? Hm. Gut. 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 meine freunde erwischen mich auch okay Sehr geil, sehr geiler Dorf. Ach Menno. Keine Spezialeignisse. Gerne Spezialeignisse. Gelerntat. 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 Woh! Gelerntat. Sie haben irgendwie die Zenos zu materialisieren. Sie werden nicht sehen. Es gibt genug hier für ihn zu beamen. Die Chopper ist inbound für Evac, Captain. Lass sie runter. So. Es gibt die Zenos. Ah. So. 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 hab ich da was neues naja, taugt nix Ausstattung, was haben wir denn da jetzt noch oooh, Fernsehkanade Stufe 2 mehr Schaden ähm, jetzt haben wir das Schwert ja vielleicht mal jetzt echt die Heilung einfach mal ja oh yeah, der Drache Hunde des Schreckens diese agilen Bestien sind die Xenos Variante eines Wachhunds sie greifen im Rudel an und werden häufig aufgeben Beads patrouillier geschickt, um alles zu eliminieren was keine Xenos für der Hormone auslöst Salve aus Plasma projektieren ich find's cool, dass die Dinge Drachen heißen naja gut ich hoffe auf jeden Fall diese Folge hat euch gefallen wenn ja, schaltet auch bei der nächsten Folge wieder rein wenn es wieder heißt Let's Play Alienation bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein Ciao ja 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 ja